Für mich gibt es zwei Grundvoraussetzungen bei jedem Projekt. Erstens, es muss möglichst eine Liebesgeschichte sein. Etwas, was mir unverzichtbar erscheint zu tun. Und zweitens will ich spielen. Ich brauche Spielkameraden auf einem Spielplatz der Fantasie, der Kreativität. Und euer Unternehmen war großartig. Und wir haben ja ununterbrochen unsere Ansprüche höher und höher und höher gehängt und nachjustiert bei den Lösungen. Und ich finde euch wunderbare Lösungsherrschaften und werde jederzeit und werde jederzeit mit euch wieder arbeiten.